Wir müssen das Feuer öffnen auf ihre Reifen! Alles klar! Achso, ich bin der schwarzen Jugola. Ich bin jetzt gerade in Richtung Westen. Bis jetzt, Höhe der alten Fillbox. Ich werde weiter Richtung Fahrschule. Weiter Richtung Westen. Ich sitz bei der Fahrschulgarage. Weiter Richtung Westen. Handelt sich immer noch um schwarzen Jugola. Und so bin ich mit einer Fake-Uniform. Steigen sie aus, macht keinen Sinn. So steigen sie aus, Mann! Ich habe nichts damit zu tun. Ganz ruhig! Ich habe doch gar nichts gemacht. Hügel rein springen. Hier ist ein Fahrzeug drin. Oh mein Gott, die Stirn! Haut ab, haut ab! Echt jetzt? Oh mein Gott! Ich bin weg auch einfach. Zieh durch! Hast du geflüchtet? Ja! Ja natürlich! Haut ab, Junge! Was war das denn für ein Einsatz? Haut alle ab mit den Partys! Wow, Digga, was? Wer hat dich gefickt, Digga? Ey, ich bin durch, ich bin durch, ich bin durch! Haut ab, haut ab! Ey, ich bin durch! Aui! Yeah! Frohes Neues! Ey! Frohes Neues! Frohes Neues! Frohes Neues, Freunde! Frohes Neues! Frohes Neues! Wuhuuu! Frohes Neues! Ey! Ach ne, entered Yambo! Pretty cool, Guys! Ey! Los Martin Rambo! Los Martin Rambo! ba b b b Bum, 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 die kollegen allgemein weil ihr ruft ihr macht dispatches und ruft dann alle zwei sekunden an das reißt wenn ihr die dispatches absendet das tut uns wirklich kein gefallen damit wenn wir uns dann noch telefonisch zubombt damit ja entschuldigung die kontaktiert werde ich auf jeden fall ansprechen in der team besprechen wenn alle 60 man da sind so wird jetzt benötigt alle du einsprachen hier in das handy tankstelle kommen kamerade wie war die name noch mal bist du als werk warum ach so na ja weil das h wort von jetzt nicht so nett am telefon ja genau das sagt man sagt man dann jetzt ich habe keine ich bin und lebensmüde kann das sein ja wie heißt mein titel knast rp hat nicht lange haben habe nicht lange gebraucht oder 48 minuten stream der ballerei mit einheiten über zwei macht ihr seid die könige ihr seid einfach wer sind sie denn hier am boden ein clown kleider sind so blöd also herzliche glückwutsch gar nicht stabilisiert wie können sie überhaupt reden haben sie keine schmerzen ich hab grad gar nicht geredet ich hab grad gar nicht geredet dazu verdiene ich noch geld und zwar wegen ihren steuern ohne ihn besser man ja jetzt lasst sie trotzdem rausziehen dann bitte den mal rechts runter so richtig kräftig lassen mal beobachten lassen wir von hier beobachten so er hat eine markt wenn er muss aufpassen ich bin weg ich dachte er schießt mit ich dachte er schießt mit digga warum ist marcel wieder weg da gibt es nichts wichtiges zu erledigen wenn um 35 hier oben ich komme ich komme jetzt ja aber wir haben 36 und ihr seid da westenverarbeiter familie euer rang elfer dennis wain hat euch hochgerufen ihr werdet euch jetzt sofort ich oben eintreffen wir werden mal wieder als die bruderschaft geschichte schreiben männer reißt euch zusammen lasst das testo raus heute werden die geschichte schreiben die rennen jetzt gerade den radioturm hoch den berg schau mal wie die wegrennen haltet da rein in den rücken jungen laufen 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 schießen die rennen weiter hoch die sind so ein choker da also den kohler feuer ich oh die schießen auf mich die sind auch bescheuert die sind da und weiter so die rennen weiter hoch jetzt leid ihr rum reich drum und dann rein jetzt weiter hoch er schreit dann sein blacktoast telefon warte bevor wir gehen warte bevor wir gehen lass mich noch einmal dich kusen DEN ISI DEN ISI Nein dass sehen uns ja hör auf MMM MMM DEN ISI MMM 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 Ey, 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 ich habe nichts gemacht, du kleiner Kasso, ich habe nichts gemacht So, ich kann das erklären, ich habe niemanden geküßt, ich habe niemanden geküßt Ich habe es gesehen, Junge, Jesus, du kleiner Kasso, du kleiner Kasso, du kleiner Kasso, du kleiner Kasso, du kleiner Kasso Oh, das ist so Adrenalin, ich weiß gar nicht, was ich machen soll Flieg doch einfach am Rand Ja, am Rand, ja, dass wir, wenn wir rausspringen aus dem Heli, dass wir noch mit dem Fallschirm rüberkommen über den Zaun Kannst du in die andere Uhrzeigerrichtung fliegen, dann kann ich nämlich... Nee, kann ich nicht Es funktioniert Oh, 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 oh ne, oh ne, nein, nein, funktioniert nicht, raus, 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 raus Was ist los? Ja, ich versuch mich jetzt hinzulegen Ich hab's versucht, mich jetzt hinzulegen Ich hab die Schnauze voll Ich hab mal heute, eine Woche, gar nicht Ich hab's geholfen, wenn du willst, ich lauf einfach, oder? Äh Ich komm mal immer wieder Jungs, macht's gut Morgen hat er erst mal zehn Waffen am Kopf Im Pyjama hier aufmachen Ja, alles gut bei dir Ja, soweit, den Umständen entsprechend Okay Sag mal, siehst du mein Auto? Ja, direkt vor mir Please, versuch mal aufzuschließen Kannst du einsteigen? Ja Liegt das FHB-Auto ein Borlaß hat? Ähm, äh, das brennt Oh! Ach du Scheiße! Ah! Ja, verdient Ah Na gut, das hätt ich jetzt nicht verdient Aber Dein Auto Dein Auto brennt, ne? Ich kack ab, alter Das war natürlich keine Absicht Dann drückst hier die Medics da Ich fahre einen Taku Ja, das ging schnell mit dem Knast-RP heute, Junge Okay Übernehmt ihr ihn hier? Hm Oha! Guck mal fix noch den Kollegen Sind das 8,8 Millionen? Ah ja Hat mir Rodo gerade 8,8 Millionen überwiesen? Oder waren das 8,8 Millionen? Das waren 8,8 Millionen? Ich glaub, da will ich mit dir reden Gut Hm, okay Diesen rechts, rechts, rechts Okay, okay, okay Ey komm, lass den letzten Komm, komm, komm Wir holen den letzten hinterher Kommt, komm Jetzt alle hinterher Der letzten raus, holt den letzten raus Oh shit Kommt Kickt auf Die Bär Mit Hass auch einer Ja 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 Ich versuche Wow Ich versuche Hol den Ich versuche Das war echt dumm Alta Boah, man, der Fahrrad hat gar nichts mattressen, Digga Where Decker Lost, Any 何 Ich versuche Danke, Bruder das können die leute heute nicht mehr unterscheiden ja und ich kann es mir nicht vorstellen mit fremden zu spielen zu hierzu videos gucken keine ahnung so auf youtube youtube oder nein das youtube guckt so dieses weepräum kennt das nicht Baby, das mit dir und mir geht viel zu weit Fick auf diesen Hype, Baby, fast live Baby, schau mir in die Augen, so viel Fre-